Hallo, mein Name ist Daniel, ich bin Geschäftsführer der Geheimpunkt GmbH und als solcher muss ich hin und wieder mal Reden halten. Ich habe ein Unternehmensthema, was nicht ganz so üblich ist und sehr erklärungsbedürftig. Deswegen bin ich bei den Toastmasters Mitglied geworden. Toastmasters ist eine Organisation, die mir dabei hilft, meine rhetorischen und Ausdrucksfähigkeiten zu verbessern, meine Botschaft besser rüberzubringen. Deswegen komme ich sehr, sehr gerne zu den Toastmaster-Meetings, lerne da, wie ich meine Reden, meine Inhalte besser strukturiere, sodass mein Publikum mir besser folgen kann und das hilft mir tatsächlich, neue Aufträge zu generieren. Außerdem habe ich durch das Üben und Lernen bei den Toastmasters gelernt, dass ich total gerne auf der Bühne stehe und wirklich Herzen bewegen kann, manchmal zum Lachen, manchmal zum Weinen, auf jeden Fall zum Umdenken und ich halte mittlerweile mehr und mehr Reden und kann mir vorstellen, dass das auch ein Karriereweg für die Zukunft sein kann. und dann auch ein Karriereweg für die Zukunft sein kann.